Gemeine Frage. Direkt unbeliebt machen, aber schon okay. Grün oder weiß? Weiß. Ja, ich glaube, viele haben sich für grün entschieden. Ich habe da von der Frau Schmitz auch gesagt bekommen, ich sollte mich dann doch für weiß entscheiden, weil wir in der Kabine schon ein bisschen darüber gesprochen hatten. Deshalb weiß. Sagst du Frau Schmitz? Bitte? Sagst du Frau Schmitz? Ist da die Ehrfurcht so groß? Ja, also ganz klar. Party oder Couch? Couch, auf jeden Fall. Also ich bin da schon ein bisschen entspannter dann auch. Fankurve oder Wippereich? Beides cool. Bei der Wippereina gibt es aber immer ganz gutes Essen. Meistens. Mailand oder Madrid? Madrid. Einfach, falls es so ist. Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne, ohne. Also ich trinke eigentlich nur Wasser ohne Kuh und so. TV oder YouTube? TV, doch. Also bei YouTube dauert es immer, bis man irgendwas passendes gefunden hat zum schauen und deshalb TV. WölfeTV? WölfeTV, stimmt. YouTube? Ja, YouTube. WölfeTV. Ja klar. Genau. Meisterschaft oder Pokalsieg? Ich glaube, ich würde Meisterschaft sagen, weil das ist einfach ein längerer Zeitraum, wo man dann konstante Leistung bringen muss auch, um den zu gewinnen oder um die Meisterschaft dann zu gewinnen. Meisterschaft natürlich beides, aber dann eher Meisterschaft. Assist oder Tor? Tor. Einfach, weil es Spaß macht, Tore zu schießen. Vorlage ist auch immer gut, aber selber das Tor zu schießen, ist natürlich auch ein besonderes Gefühl dann. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Ist einfach ein cooler Spielertyp, finde ich. Nach der Karriere lieber Managerin oder Trainerin? Vielleicht, also Stand jetzt würde ich sagen eher Trainerin, weil ich mir schon gut vorstellen kann, auch neben dem Platz dann zu stehen und vielleicht auch dann die kleinen Mädels oder Jungs, was auch immer, dann auch weiterzuentwickeln. Deshalb vielleicht eher Trainerin, Stand jetzt. Saison oder Urlaub? Schon Saison. Also Urlaub ist, glaube ich, zwischen der Saison schon ganz schön, aber Fußball macht einfach Spaß und deshalb Saison. Auslaufen oder Fahrradfahren? Rennen. Auf jeden Fall. Also Fahrradfahren ist es nicht so um eins. Berge oder Strand? Meer. Meer, Sonne. Ist perfekt. Vorspeise oder Nachspeise? Dessert. Auf jeden Fall Dessert. So ein Schokotörtchen oder Eis ist immer gut. Hund oder Katze? Hund. Also wir haben zuhause auch einen Hund, auf jeden Fall. Ein Labrador-Goldner-Triber-Mischling. Ja, ist ein toller Hund. Dribbling oder Tackle? Dribbling. Einfach. Macht Spaß und ich bin eher Dribbeln. Linkes oder rechtes Twix? Puh, rechts. Weil rechts Fuß. Sommer oder Winter? Sommer. Ohne Frage. Also ganz sicher. Typ ordentlich oder Typ Chaos? Ordentlich. Also Chaos ist nicht so meins. Ich muss es schon ordentlich haben. Kopfballtor oder Schusstor? Mit dem Fuß. Also Kopf ist jetzt auch nicht so meine Spezialdisziplin. Nutella oder Nussbli? Nutella. Wenn schon, denn schon. Nutella oder Milka-Creme? Nutella. Habe ich andere noch nicht probiert. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Also alles ohne. Lieber 5 zu 4 oder 1 zu 0 gewinnen? 5 zu 4. Ist spannender und fallen mir Tore. In der Schule lieber Mathe oder Deutsch? Dann eher Mathe. Deutsch war immer so Gedichtsanalyse und das ist nicht so meins. Favorit oder Underdog? Eher Underdog tatsächlich sogar. Also da kannst du nur gewinnen und kannst auch mal überraschen. Ecke oder Freistoß? Freistoß. Finde ich cool. Da kann auch mal direkt reingehen. Ecke auch? Ja, aber Freistoß wahrscheinlich auch. Kaffee oder Tee? Tee. Ich trinke nicht so gern Kaffee. Buch oder Fernsehen? Fernsehen. Also ich versuche mir manchmal an Büchern, aber immer wieder Fernsehen. Tunnel Cati oder Tunnel Allmut? Oh, das kann ich nicht sagen. Tunnel Schuld, weil dann kam Tor. Das ist eine gemeine Frage. Direkt unbeliebt machen, aber schon okay.